Das ist Powerfolder. Durch Powerfolder wird Ihnen ein sicheres und effizientes Arbeiten ermöglicht. Unabhängigkeit von externen Diensten und Servern ist hierbei ein wichtiger Aspekt. Die Server stehen in Deutschland, die Daten bleiben also in Deutschland und gelangen nicht über große Umwege in andere Teile der Welt. Von Powerfolder verwaltet werden Gruppen, Nutzer, Ordner und Dateien. Auch die vollständige Kontrolle über Geräte, Speicherplatz, Zugriffsrechte und Dokumente liegt in ihrer Hand. Powerfolder ist für Mitarbeiter, Kunden und Partner geeignet und stellt sicher, dass Sie auf jedem Endgerät jederzeit Ihre Dokumente bearbeiten können. Es spielt keine Rolle mehr, wie groß Ihre Dateien oder Dokumente sind. Mit Powerfolder können Sie Links unkompliziert mit einbinden, updaten und auch wieder entfernen. Automatische Datenarchive und Backups ermöglichen unangenehme Datenverluste zu umgehen. Gelöschte Daten können mit Powerfolder jederzeit wiederhergestellt werden. Viele Firmen legen großen Wert darauf, ihre Daten auf eigenen Servern zu halten. Powerfolder bietet einerseits die Funktion der europäischen Cloud, andererseits die einer On-Premise-Software. Powerfolder ermöglicht schnelle und effiziente Übertragungen von Daten sowie Updates. Dadurch kann ein Unternehmen effektiver und schneller arbeiten und die Sicherheit wird gewährleistet. Powerfolder funktioniert als White-Label-Lösung und bietet die Kompetenz von Powerfolder unter Ihrer eigenen Marke an. Hatten Sie jemals Bedenken, dass Ihre Daten verloren gehen oder dass Ihre Daten vor Spionage nicht ausreichend geschützt sind? Dank Powerfolder werden Sie keine Sekunde mehr damit verschwenden, sich Sorgen über Ihre Daten zu machen. Datensicherung made in Germany. Das ist die Lösung für all Ihre Datenschutzprobleme. Vielen Dank.